Der Silfok Standort in Nitra, Slowakei, produziert bereits seit 15 Jahren Muster für verschiedenste Branchen. Unternehmen in ganz Europa vertrauen auf unsere Arbeit, um ihre Produkte bestmöglich zu präsentieren. Das macht uns stolz. Die Erstellung von Musterkollektionen ist ein komplexes Thema. Oft müssen hunderte Einzelteile kombiniert werden, um schlussendlich ein fertiges Muster entstehen zu lassen. Wir bearbeiten jedes Projekt mit Präzision und Effizienz. Professionelle Erfahrung und spezifisches Know-how sind unsere Werkzeuge dafür. Verschiedenste Materialien wie Textil, Leder, Lack, Schichtstoff oder auch Aluminium werden bei uns zu Mustern veredelt. Alle Teile werden vor Ort weiterverarbeitet und zum Endprodukt konfektioniert, verpackt und auf Wunsch weltweit versandt. Qualitätskontrollen während des gesamten Produktionsprozesses sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Die zufriedensten Kunden zu haben, das ist unser Antrieb. Dafür arbeiten wir in abteilungs- und standortübergreifenden Teams zusammen. Wir besprechen unsere Ideen, vergleichen verschiedene Ansätze und wählen die besten Praktiken, um auch die anspruchsvollsten Anfragen unserer Kunden zu lösen. Silfox – Sensual Sales System